14 Ein mehr als das, was Pelle sagt. 53 ist gut für die erste Karte. Malfest machen 103. Wow! Also wir haben ja eine 69, glaube ich. Ich hoffe, das passt. Das passt schon. Also Lauren und ich zocken nur Apex Legends und da sind wir beide Predator. Wow! 69 ist klar, ne? Für mich wäre zufrieden mit einer 74 gewesen. Nee, mit einer 61. 61, 61. Ich weiß, was ich hab, aber eigentlich locker eine 66. Das ist bei mir ganz klar. Erstmal, warum haben wir es umgeändert? Und zweitens, Icon-Karte. 99. Wow! 70. 71. Goldene 80er-Karte. Ja stimmt, Gold! Solide 70. Mein Rating könnt ihr euch entscheiden. Ich weiß nicht, ob ich eine Karte habe. Nein! Ich würde mir ein 60er-Rating geben. Weniger als ein Bruder. Gar keins. Wenn ihr was Wichtiges spielen wollt, spielt lieber Formel 1.